Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich euch was mitgebracht von Puma, dem Deviate Nitro in der Serie 3. Das Vorgängermodell, der Nitro 2, der war schon super, der ist auch bei euch allen super gut angekommen, auch von mir getestet und auch sehr gut getestet worden. Von daher darf man mal gespannt sein, was das Nachfolgermodell so macht. Manchmal schaffen es die Nachfolger ja nicht, das Niveau des Vorgängers zu halten. Ich habe große Erwartungen und ich hoffe ihr auch. Bei den technischen Daten muss man sagen, man hat die kleines wenig angepasst. Das heißt, man steht jetzt hinten 39 Millimeter hoch und vorne 29. Ist also von einer Sprengung von 8 Millimeter beim alten Modell auf 10 Millimeter gegangen. Ich denke beim Anprobieren und beim Laufen merkt man das jetzt nicht wirklich, dass sich da großartig was verändert hat, aber die Daten, die geben das wirklich her. Der Schaum ist jetzt diesmal einschichtig gewählt worden in dem Sinne. Das heißt also, man hat auf beide Schichten den gleichen Schaum gewählt, nämlich den sogenannten Nitroschaum. Der ist Stickstoff verstärkt und Stickstoff injiziert. Das heißt also zwischen der oberen und der unteren Schicht liegt eine Platte, eine Carbonfaser verstärkte Platte in dem Fall. Und wie gesagt, beide Schichten sind anscheinend vom gleichen Material her. Vorher war das ein bisschen anders. Vorher hatte man beim Vorgängermodell den Elite Schaum nach oben drüber gelegt. Das Gewicht in der Mustergröße US 9,5 beträgt 262 Gramm, habe ich auf meine Küchenwaage gestellt. Kosten sind gleich geblieben, ist auch nicht immer heutzutage der Fall, sind also immer noch 170 Euro. Und der tritt in der Allrounder-Klasse an, obwohl ich wirklich sagen muss, das schafft er wirklich richtig gut. Ich würde sogar sagen, der hat der Shield schon fast in diese Super-Trainer-Kategorie. Mit dem kann man alles wirklich super gut machen, aber das wird der Test gleich noch hergeben. Ja, bevor wir dann gleich zum Obermaterial kommen, erst noch ein paar Bilder. Ich freue mich heute mega auf den Schuh. Bis gleich. Ja, beim Obermaterial muss man sagen, das ist noch wertiger und noch erwachsener geworden. Das Ganze hier. Man verwendet das übliche Mesh-Material, aber es ist noch ein bisschen luftdurchlässiger, wie gesagt, ein bisschen wertiger. Die Qualität macht einfach noch ein höheres Niveau her als beim Vorgängermodell. Vorne sind entsprechend die Stubi-Elemente eingearbeitet. Sehr, sehr wirkungsvoll. Die 10-Box an sich ist schön breit und auch schön hoch. Und der Stoff, der ist sehr, sehr schön elastisch. Und wie gesagt, selbst wenn man da mal dran kommt, dann macht das überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, man fühlt sich wirklich wohl auch im 10-Bereich. Die Zunge ist an zwei Punkten befestigt. Hier vorne Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2 sind die beiden Gummiriemen, mit denen die Zunge jeweils befestigt ist. Die Zunge an sich ist auch toll gepolstert. Wirklich, da muss man echt ein riesen Kompliment machen für Puma. Das haben die ganz, ganz toll hingekriegt. Atmungsaktiv ist die. Also da ist überhaupt nichts auszusetzen. Das Schnürsystem ist toll. Schnürsenkel und entsprechende Löscher, super geeignet gemacht. Der Einstieg ist ein bisschen geringer ausgefallen als beim Vorgängermodell. Hintergrund ist der, der Leisten des Schuhs ist ein bisschen schmaler im mittleren Bereich des Schuhs ausgefallen. Und deshalb muss man sich minimal mehr durchzwängen, in Anführungszeichen, bis vorne in dem Vorderschuh anzukommen. Die Polsterung im Schuhkragenbereich ist auch sehr, sehr schön. Schön gut gelungen, sehr, sehr geeignet gemacht. Auch teilweise sehr, sehr tief runtergezogen. Ebenso im Achillessehnen-Bereich genau das selbe Spielchen. Im positiven Sinne sehr, sehr gelungen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr angenehm. Die Schuhkappe an sich ist schön gepolstert. Die ist auch sehr, sehr versteift an der Stelle hinten. Hier ist auch noch so ein ganz komisches Element aufgebracht, wo man eigentlich nicht nachvollziehen kann, was der ganze Quatsch soll. Mit so einem kleinen Spoiler sogar dient wahrscheinlich auch der Stabilität in dem hinteren Schuhbereich. Das Ganze ist im Prinzip runtergezogen bis in die Mittelsohle hinten. Verleitet nochmal dem Schuh eine gewisse Stabilität. Und im Gesamt muss man sagen, diese Konstruktion ist wirklich top. Also ich wage mal zu behaupten, der Steigerungsbereich, der hier noch offen ist. Der ist extrem minimal. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, Top-Qualität, Top-Niveau. Super! Ja, zum Thema Mittelsohle gehen wir erstmal ein paar Themen durch. Nämlich technische Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes zuerst. Gehen dann auf den Schaum ein, auf die Carbonplatte, auf das Abrollverhalten und ziehen nachher nochmal ganz kurz das Fazit. Ja, beim Thema technische Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes können wir es kurz machen. Das Ding ist regelkonform hier. Maximal eine Platte wird verbaut. Nämlich hier wird genau eine verbaut und die Höhen überschreiten die 40 Millimeter nicht. Das heißt auf gut Deutsch, hier kann man mit Rekorde laufen, wenn man denn möchte. Zum Thema Schaum muss man sagen, hier ist ein Nitroschaum verwendet, der ist mit Stickstoff injiziert worden und Dichte, Festigkeit und Reaktivität liegen hier im mittleren Bereich. Aber bitte nicht negativ auslegen, sondern das ist tatsächlich für mich, für meinen Komfort und für meinen Wunsch hier sehr, sehr geeignet gewählt worden. Damit will man nicht sagen, dass das Ding nicht modern ist. Hier ist einfach nicht die allerweicheste Form gewählt worden. Dennoch super geeignet, gerade für Langstreckentauglichkeit. Beim Thema Carbonplatte ist es so, die ist komplett von hinten bis nach vorne gezogen worden. Die ist im vorderen Bereich sehr, sehr tief. Man muss sich die sich vorstellen, ich zeichne sie gleich mal ein. Die ist im Prinzip als Trennlinie zwischen den beiden Schäumen gemacht worden hier, die hier übereinander gelegt worden sind und man muss sie sich als zweizackige Gabel mehr oder weniger vorstellen. Die ist nicht zu weich von der Konstruktion her. Ich persönlich finde die sehr, sehr geeignet mit den Nitroschaum. Thema Abrollen ist so, dass hier ein Abrollverhalten für Fersenläufer vor allen Dingen konstruiert worden ist. Hier ist eine Rockerkonstruktion hinten und auch vorne angedeutet auf jeden Fall und ich persönlich finde die nicht übertrieben, sehr, sehr wirkungsvoll und vor allen Dingen sehr, sehr natürlich. Ja, kommen wir auch schon zum Fazit der Mittelsohle. Ich persönlich finde, das ist ein sehr, sehr gut gelungener Allrounder. Der kratzt sogar für mich schon an den Super Trainer, den man vielleicht eventuell hier rein interpretieren könnte. Also Langstreckentauglichkeit, sehr, sehr gute Materialien etc. Ist gut geeignet für Fersenläufer. Ist ein sehr, sehr stabiler und komfortabler Schuh und wie gesagt ist für Anfänger geeignet, ist für Fortgeschrittene geeignet. Ich sage einfach mal, das ist echt ein richtig großes Talent, den die hier gemacht haben und auch nochmal von der Mittelsohle deutlich besser als das Vorgängermodell. Der ist nicht ganz so weich gepolstert, der ist ein bisschen härter gemacht worden. Bei der Außensohle fällt direkt eine riesige Aussparung auf, die gewährt den schönen Blick auf die Powerplate, dient der Gewichtsreduzierung und dient hier tatsächlich der Flexibilisierung dieser Außensohle. Der Wirkung natürlich super. Als zweites messen wir immer wieder die Breiten der Außensohle hinten und vorne und man sieht, dass andere Modelle, die ich mal zum Vergleich aufgeführt habe, ein bisschen breiter aufgestellt sind. Das tut allerdings dieser Stabilität der Außensohle keinen Abbruch. Als drittes sieht man, dass hier eins, zwei, drei fette Außengummierungselemente aufgebracht sind, in der Wirkung top. Das war beim Vorgängermodell ja auch schon so. Das ist Referenzklasse. Als nächstes sieht man hier ein paar Aussparungen in der Gummierung. Da werden sich allerdings Steinchen und Dreck kaum ansammeln und sonst werden sie rausgetreten. Die Halbarkeit an sich dieser Gummierung sind sowieso super. Die sind recht dick, zwei bis drei Millimeter ist der Gummidick und als Gesamturteil muss man hier bei dieser Außensohle betrachten. Das ist Referenzklasse, genau wie beim Vorgängermodell. Also Top-Performance, die hier erneut abgeliefert wird. Kommen wir jetzt zum Fazit vom Puma Deviate Nitro 3 und da kann ich nur sagen, der ist mal ein richtig guter Wurf von Puma. Der ist mega sein Geld wert. Ganz, ganz toller Allrounder. Geht für mich sogar schon in Richtung Super Trainer und das für 170 Euro. Ganz, ganz tolles Ding. Der ist vielseitig, stabil, sehr, sehr komfortabel, tolles Obermaterial, toller Sitz, super tolle Außensohle und wie gesagt, Schaum und Platte sprechen auch für sich. Also das ist so ein Ding, wo ich jetzt sagen würde, von der Wertigkeit kann man da gar nichts mit falsch machen. Den könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht ist der ja was für euch. Auf der Negativseite fällt mir nichts zu ein. Also von daher kann ich den Schuh wirklich nur mit Lob so überschütten. argued. ö allergies g Bis zum nächsten Mal.